da drüben das war notwendig ey wir müssen die Türen bei den Dingen kennzeichnen mit Fackeln oder so was kennzeichnen? ähm bei der Tierfarm achso tja ist ja einfach Schuld würde sagen mach Liebe oh nein nicht schon wieder dieses Kapitel ich baue mal das Dach na ey geil genau deswegen ey so göttlich gell zwei Hühner kriegen ein Babyküttchen vor allem das noch ein Ei fallen ich mir auf ein Ei auf dem Boden kommt noch mein Babyküttchen raus he he gut sonst machen wir Inzucht mch bitte nicht ich glaube wir brauchen mehr Leben gell oder hast du noch? ja ich habe noch ein paar in die Kiste gelegt ach so sag das doch gleich warte jetzt im Moment stört es mich nicht ich baue gerade brauchst mich in Ruhe na nein ich brauche ja in dem Fall brauche ich ne ich brauche Ziegeln ja ja mehr Ziegeln WTF wo sind die hin? ich brauche help hast du die Kiste schon leer gemacht? keine Ahnung ich hab doch in die Kiste von den reingelegt ey ich hab doch in die Kiste von den reingelegt ey ah ne hier sind hier sind sie ja ok 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 warum ist das so komisch keine Ahnung tuk 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 nein weg sorry Leute für die kurze Unterbrechung nein falsch reicht ein Stack und 15 ich baue Erde niemals niemals wir brauchen zu viele na äh Treppen ich brauche Treppen warte ich wirb dir hier komm mal die omnomnom so klick 17 mit diesem Stack tuk 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 mehr tuk 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 ich kann was sagen heute machen wir eine extrem lange Aufnahme oh yes heute hab ich so richtig Bock einfach so richtig B O C K B O K C äh Scheiße nein Spaß S P A Scharf S was brauchen wir 4 Kaktus hm könnten wir als Farbstoff oder Farbstoff ne Farbstoff doch Kaktus Green doch glaube ich Farbstoff oder wow ja wenn wir mal einen Kaktus setzt ähm dann wachsen kann er frei ja 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 kaktus jahr bisher im Eingriff noch nicht so noch moment war aber das in texture pack so geil aus ne ich bin runtergefahren habe ich davon bekommen das Kaktus Eis kaktus Eis kaktus Eis ok ich bin nicht informiert verdammt weißt du was mir gerade einfällt ich weiß nicht ob das im let's play so angebracht ist aber scheiß egal du musst mal zu mir kommen und dann in unser Schwimmbad weißt du was ich muss zu dir kommen und dann in unser Schwimmbad so weißt du wenn es mal Sommer wird naja das Schwimmbad ist so geil äh ja das können wir ehrlich machen naja ich weiß alles klar ok schon geplant naja dann und dann im Terminkalender oder wie dann und dann im Terminkalender eingespeichert Sandstein brauchen wir nicht vorhanden ne aber ich brauche mehr Ziege was sollst du noch sagen nix sonst war eigentlich nix nichts wertvolles mehr ja ich fahr mir grad so an so ok könnt schon danach noch mal ein bisschen Leben fahr ja ich glaube es reicht nicht ne es reicht nicht ich brauche ein bisschen mehr nimm mal so viel also nimm mal so krass viel aber schon noch so ein Stack oder so ein Stack auf jeden Fall also ein Stack den Leben den du auf der den du durch die Schaufel bekommst wenn du bis fertig hast geh mal meine oder mhm ja mal gucke Luki Luki zuerst mal so weg so weg ich glaube ich muss ja eh noch ne Trennwand einbauen ja auf jeden sonst wird es hässlich hässlich da kenne ich noch so was was so hässlich ist nein nicht du nicht an das was du gedacht hast ich habe das was in der Wüste auch so kaktus nein so ein komisches Gras wächst da ja die Büschel meinst du er hat es ist ein abgestorbener Busch Kentsch Kerner Stimmel die sind ja normalen soo jetzt brauch ich irgendwas mit dem ich die Decke machen könnte ich kann sie mit Steinziege machen und ich mach's einfach nur mit wo ich mein Holz da ja dann kann ich jetzt sie das bohren ich mach ne klassische Holzdecke weil ich's kann haha Spasslo dann komm ja und dein Hund knurrt einfach immer noch weiss nein das ist mir nicht egal auch wenn du das gerade gedacht hast aber nicht gesagt oh mein jetzt lauf ich in die Schaufel ah ne ich hab mir noch mal ein paar Schaufeln dabei ich hab dir meine gegeben hast du schon kaputt gemacht oder die hat noch vier ähm vier Dinger machste kaputt ich hab mir eine Dierschaufel gemacht was was nein die werde ich dann auch in naher Zukunft verzaubern genauso wie meine Spitzhacke die ich hier noch habe habe ich die noch ja die hab ich noch also die wird sagen nur oh nein oh yes auf jeden Fall ich hab kein Holz mehr hm ich brauch mehr Holz Holz nicht in dem nein ich hab ich hab nein geh weg scheiß wackel das war nicht so gemeint wie du es gedacht hast dass ich sag wer war das ist oh ne spinne das war grad irgendwie so laut dass ich mich selber wieder gehört hab oh mein Hund kümmert sich davon so ein Hund ist halt schon geil mein Arsch gestorben weil er gekillt wurde sieh ich hätte mal eine Weile gewartet dann wär das nein die haben einen Hund gekillt ihr Schweine echt? lol endlich knurrt er mich nimmer an zwei Spinnen und ein Skelett Scheiße scheiße du ihr nicht hält der noch drei Herzen müssen immer dunkler okay ich höre es ist ja schon kein Schwert nehmen und schaufen gut im Leben den Bauch jetzt ab Achtung Bogen ich bin so auch schon verrecken wer verfolgt aber ich baue Leben ab ja ja ich kümmer mich drum ich kümmer mich drum ich kümmer mich drum aber du sollst halt warten weil ja hier Aschkarotten ja geh nach oben denn oben ist alles besser hm soll ich mal eine Fackel reinschmeißen um zu gucken wie es da unten aussieht ich schmerzene Karten wieso geht das nicht? einem Sonntag haha geht das? NEIN oh Gott ja es geht falls es bei dir nicht erleuchtet ist drück mal L und wenn dann steht Dynamic Lights Globally On dann siehst du Globally Off und normalerweise soll das jetzt hier in dem Bereich wo ich bin sehr hell sein ich habe gerade Eisen gefunden sorry dass ich das dir bevorzuge hä? und jetzt springe ich in die andere guckst du? guckst du? oh fuck ne du guckst nicht ok erleuchte diesen Bereich da was ist hier vorne? ja komm komm runter sorry ich bin nach oben was John weil ich bin ja gerade wieder am Lebenfarmer jo jo ach scheiß auf die Fackeln lol drei Pilze wie viel Pilze zahlst du mir wieder? weißt du noch mehr Pilze hintereinander aber ja ok ich teleportiert mich ich teleportiert mich jetzt zu dir und ich mein Deutsch gehe in den Keller verkloppt du mich verstehst mhm Achtung Schluck oh nein Höhleneingang eher oh doch oh doch ey wo bist du hin? wo bist du hin? aaaah renne ich so schnell nimm mir Fackel in die Hand wow oh nee das hab ich gemeint nein warte pass auf warte ich wenn du hier stehst stell dich mal hier hin wo ich bin also hier wo die Fackel ist und dann einfach runterfallen lassen jetzt kommst du tot tot nein nach links also in deiner Richtung rechts warte ich muss weiter scheiße oder warte ich komm na ich hab keine oh mein Gott oh mein Gott ey ich hab keine Fackel ich hab Fackeln ja warte ich verbreite ich verbreitere das was ey ich lauf jetzt weiter ok achso du kommst gerade an der Türkei ja warte oder ja ich hab gar nichts nee ich hab gar keine Spitzhack oder so ja ok dann lass dann lass dann komm ich wieder zu dir machen wir machen wir dann nachher weiter wow weil das bringt jetzt weiter das bringt jetzt wenig und ich da keine Spieke und so mhm das ist ok ist ok ist ok ist ok wurschel hier wird er der nächste oh nehm sogar brauchen wir auch nie wieder nehm in Hülle und Hülle oh ja das ist ein guter Name für den Part das ist aber für echt ein paar Parts auftauchen ha auftauchen wow 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 oh ich sag es extra noch, weiss im Moment ja ich merkst damit du mal ein aber wenn es eigentlich für dich nicht so gut wäre aber oh Gott 3 2 1 so schön das war er mal dahin durch noch ja okay ich glaube das reicht jetzt dann aber auch so langsam wieder Achtung da oben schon scharf Achtung Schaaf anstatt dich hier oben drauf zu stellen und von oben zu putten guck mal wie schnell das geht Alter wie viel holi und gleich noch Ding da Kohle wenn du dich über der Wasseroberfläche befindest kannst du viel schneller abbauen ja ich weiß unter Wasser ist genauso wie im Flug wenn du fliegst kannst du nicht so schnell abbauen du Game Mode Cheetah Spaß okay ich glaube das reicht jetzt an Ding ich glaube das reicht jetzt wieder für ähm ich habe jetzt fünf äh fünfeinhalb Stacks nehmen ja das ist recht locker gehen wir home kann man schon hier rein gucken oder bist du schon heimgegangen oh Creeper oh Creeper geh weg 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 habe ich schon geh weg gesagt oh Kohle geh weg das wäre dein deine Logik na das fände ich zwei so die Fackel kann ich nimm doch die Fackel mit verdammt ja hätte ich es nur liegen gelassen bist du ja da um oder mhm ja ok dann komm ich auch durch wenn mich kein Zombie von hinten vermöbelt mit Eisen gut numbe obwohl wir eigentlich obwohl wir eigentlich genug da haben aber pfff egal ich meine was soll der